Musik Wenn es Nacht wird im Spreewald, Wenn der Regen in die Fliese fällt, Der Sturm heult, Das Wetterleuchten kracht Und Geisterstimmen aus den Wipfeln der Bäume flüstern, Dann spüren sensible Seelen Eine ganz andere Magie an diesem verwunschenen Ort. Der Spreewald ist naturgemäß eine Gegend für Muten und Legenden, Eine Hollywood-reife Kulisse. Deshalb schnell zurückspulen und genießen. Das ist schon eher der Spreewald, Wie er uns verzaubert. Eine Auen- und Moorlandschaft, Scheinbar überflutet vom Wasser. Selbst jetzt im Frühjahr, Noch vor dem üppigen Grün an den Bäumen, Ist es ein sanftes Gleiten durch einen kleinen Traum. Also, wenn ein Spreewälder Ihnen sagt, Ich bin nah am Wasser gebaut, Dann heißt das nicht unbedingt, Dass er ein sehr emotionaler Mensch ist, Der leicht Tränen der Rührung vergießt. Hier im Binnendelta, Der Spree ist ungefähr 100 Kilometer von Berlin entfernt, Kurz vor Cottbus, Gibt es tatsächlich eine einzigartige Symbiose von Wasserwegen, Man nennt sie hier Fließe, Und umschlossenen kleinen Landflecken, Auf denen seit ungefähr 600 Jahren die Wänden und Sorben siedeln. Es ist eine richtig verwunschene Landschaft, Eine große Filmkulisse, Die man am besten gemütlich mit dem Kahn erforscht. Und das machen wir heute auch. Entschleunigende Entdeckung in Deutschland. Ja, warum in die Entfernung schweifen, Wenn das Gute fließt so nah? Windstille, ein lauer Frühlingsabend, Keine einzige Mücke stört die Entspannung. Gleitend in so einer Art Gondel, Das hat schon einen Romantikfaktor. Wenn ich Gondeliere wäre, müsste ich sehen, Das ist richtig, aber es ist nicht vergleichbar. Wir Fährleute hier im Spreewald starken, Das heißt, wir stoßen uns regelrecht vom Untergrund ab. Und die Gondeliere rudern eher. So ist das. Mehr Brücken soll es hier auch geben als in Venedig. Und auf jeden Fall mehr Schleusen, Die die Spree zu einem langen, trägen Flusssystem machen. Die Wasserwege sind die eigentlichen Straßen im Spreewald. Ohne Kahnfahrt kann man nicht begreifen, Was den Reiz dieses Labyrinths ausmacht. Das Kahnfahrt hat mir mein Opa beigebracht. Schon damals sind wir mit dem Kahn unterwegs gewesen. Als Zehnjähriger habe ich das Kahnfahrten erlernt. Und habe auch mal beim Steuerberater gearbeitet. Aber letzten Endes mein Hobby zum Beruf gemacht. Es ist ein Stück Lebensqualität hier zu leben, Hier aufzuwachsen, am Busen der Natur. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und Kenner des Spreewaldes werden spätestens jetzt merken, Dass etwas anders ist in diesem Film. Es ist die Ruhe und die Einsamkeit. Wir sind nämlich nicht in Lübbenau, Dem touristischen Epizentrum, Wo sich die Boote geradezu tummeln auf den Fließen, Wie auf dem Kanale Grande, Sondern in Burg, nur wenige Kilometer entfernt. Hier in Deutschlands größter Flächengemeinde Hat man die Natur noch fast für sich allein. Stilechte Ankunft an einem der schönsten Wellnessressorts der Republik. Die Bleiche hat ihren eigenen Kahnhafen. Schon von außen ahnt man, Hier ist ein besonderer Ort, um sich niederzulassen. Aber auch ein etwas Verrückter. Bereits die Gartenanlage signalisiert, Der Gast muss sich einlassen auf künstlerische Unordnung Und ein Spiel mit der Fantasie. Die Bleiche, das merkt der Besucher, Schnell ist kein Hotel für Puristen oder Hotelsternanhänger. Es gibt nämlich keine. Und doch ganz viele Versteckte in verspielten Chaos. Also, mit einer Gießkanne fing hier alles an. Der Olle Fritz, in seiner gewissen Widersprüchlichkeit, Der dachte sich wohl, in einem ästhetischen Moment, Wenn die Soldaten schon ins Gras beißen, Dann wenigstens in blütenweißem Leinen. Also verfügte er im Jahre 1750, An diesem Ort hier eine Grasbleiche einzurichten, Auf das die Leinenhemden der Uniformen schön hell würden. Wasser gab es ja hier im Spreewald mehr als genug. Leinen auf die Wiese, schön feucht halten, Und es wird nicht nur sauber, sondern rein. Daher hat die Bleiche also ihren Namen, Auch wenn heute eher gestresste Seelen aufgehellt werden. Wasser plätschert auch direkt in der Empfangshalle der Bleiche. Der Hirschbronnen aus dem 16. Jahrhundert ist ein erster Blickfang. Die Galerie ist vollgepackt mit Kunstbüchern Und gesammelten Preziosen aus aller Welt. Moosgrüne Seide und antiker Blaustein Haben schon fast etwas Meditatives, Schönes Ankommen. Auch die anschließende Lobby mit ihrem Sammelsurium An bequemen und originellen Sesseln hat etwas von Goethe. Hier bin ich Mensch, hier lasse ich mich nieder. Die Bleiche mit ihren erst gut 20 Jahren Als wirkliches Hotel Verströmt eine Aura der bedingungslosen Kuscheligkeit. Hier wurde kein Design am Reißbrett entworfen. Alles wirkt zufällig mit einer Spur von Chebyschick. Auch die Zimmer fallen aus jeder Normierung. Das Inhaber-Ehepaar aus Bayern scheint nach der Vorgabe einzurichten, Jeder Raum soll hinterher so sein, Dass ich mich in ihm wohlfühle, Egal welches Wetter draußen ist, Egal wie gestresst ich in dieser Einsamen östlichen Gegend von Deutschland Endlich ankomme. Grundsätzlich ist es ein behaglicher Landhausstil, Der vielleicht die seelische Zivilisationsflucht Schon vorausschauend bediente, Noch vor dem Erfolg von Magazinen wie Landlust. Natürlich ist es Ländlichkeit deluxe, Bis hin zu sweeten eigenen Sauna. Also hier in der Bleiche ist das völlig egal, Ob man sich nun niederlässt in einem fernöstlichen Blütenpavillon, Oder ob man Lust hat, Sich in einer seidigen Orgie von Sofakissen einzumümmeln. Oder man sich gar nicht mehr erinnern kann, Wenn man das letzte Mal in so vielen aufgeklopften Federn Förmlich versank. Also ich glaube, Ich war noch niemals in einem Hotel, Wo so viele Sitzmöbel darauf warteten, Von den Gästen benutzt zu werden. Von daher ist die Bleiche hier im Spreewald So etwas wie der Gegenentwurf zum All-Inclusive-Hotel am Mittelmeer. Mit dem Unterschied, Hier muss niemand morgens mit dem Handtuch Seinen Lieblingsplatz besetzen. Und dieses entzückende kleine Möbelstück Ist jetzt genau das Richtige für einen langen Lulatz wie mich. Das Auge mag sich gar nicht satt sehen Auf der Entdeckungsreise Durch die verwirren vielen öffentlichen Räume und Salons. Den meisten Gästen in ihrem Kurzurlaub Ergeht es ähnlich wie auf einem Ozeanriesen. Wenn man endlich all die schönen verborgenen Ecken Und den Lieblingsplatz gefunden hat, Geht es schon wieder heim. Was in der Bleiche besonders auffällt, Ist die Liebe zum Buch. Ästheten, die schöne Dinge mögen, Werden gar nicht mehr aufhören zu blättern und zu schmökern. Die hauseigene Bibliothek ist so überwältigend, Dass man sich fast Dauerregen wünscht im Spreewald. 15.000 Bücher warten auf die Gäste. Es ist wahrscheinlich auch gleichzeitig die schönste Hotelbuchhandlung der Welt. Aber auch draußen erfreut der Spreewald kunstsinnige Menschen mit Liebe zur Tradition. Die sorbische Tracht, die in dieser Gegend noch quick lebendig ist. Diese Tracht hat 100 Nadeln am Körper. Und es ist zu schwierig, das alleine anzuziehen. Das würde nicht gehen. Jeder, der mit der Tracht zu tun hat, weiß, wo die Nadeln hingehören. Ja, zum Beispiel das Schultertuch. Wenn ich die Hand unter dem Tuch jetzt beim Tanzen nehme, Da wird mir nie eine Nadel stechen. Wenn ich aber als Laie jetzt die Hand übers Tuch nehme, Dann kann ich die Nadeln erwischen. Und alle Jungs, die da zum Tanz gehen, Die wissen vorher, werden eingewiesen, wo die Nadeln sind. Und die Nadelstiche für so eine Pracht darf man gar nicht zählen. Nur einen Katzensprung entfernt finde ich in Burg Auch einen der ganz wenigen Holzpantoffelmacher Deutschlands. Ein kleiner Kämpfer gegen die Invasion der bunten Plastik-Klocks, Die die ästhetische Welt ebenso verseuchen, Wie die weißen Plastikstühle an schönen Orten. Hier entsteht jeder Schuh nach guter alter Väter-Sitte per Hand. Schicht um Schicht verwandelt sich ein Holzklotz in eine fußfreundliche Sohle. Eine Präzisionsarbeit, für die man Enthusiasmus braucht. Denn wer ist heute schon bereit, an der Kasse den ideellen Wert in bare Münze umzusetzen? Es gibt bestimmt bequemeres Schuhwerk wie eine Holzpantoffel. Aber, jetzt kommt das Aber. An so einem Pantoffel gibt es auch viele schöne Dinge. Dann gibt es die Holzsohle, die gegen Nässe und Kälte schützt. Das Leder, was den Fuß wärmt. Und die Luftigkeit, das ist das Schöne an einem Holzpantoffel. Das ist mein Hammer, den ich von Anfang an aus meiner Lehre benutze. Und ich habe es geschafft, wenn Sie das in die Kamera kriegen sollten, diese Dellen reinzuschlagen, den Hammer. Nur mit den Krampen und mit den Nägeln. Ich habe den Hammer zu nichts anderes benutzt. Also das ist meine Arbeitsleistung. Wie oft haben Sie schon auf den Finger gehauen? Sehr oft, zum Anfang, ja. Dieses Feuer glimmt in einem Kamin aus dem Jahre 1748. In der Ruhe liegt die Kraft. Allein schon der Eingang ins Wellnessreich der Bleiche lässt vor allem die Seele ankommen. Kein reduzierter fernöstlicher Badetempel, keine Pappmaché-Butze mit Orientdekor oder später römischer Dekadenz. Gut, es ist nicht gerade unterdekoriert, aber wer möchte sich nicht gleich in diese Kräuterkammer hineinsetzen? Hm, das ist mit Abstand der kuscheligste Hotelbademantel, den ich je anhatte. Ich glaube, die müssen hier Hektoliter von Weichspüler benutzen in der Hotelwäscherei, um so ein Teddybärengefühl zu erzeugen. Aber mit Stoffbearbeitung kennt man sich ja auch aus in der Bleiche. Also dieses Knuddel-Outfit hier ist sozusagen der Dresscode, denn tagsüber lassen die meisten Gäste ihre Klamotten im Schrank. Man ist ja auch schließlich in der Bleiche, um sozusagen im Wellnest ausgebrütet zu werden. Ein paar Spreewald-untypische Momente gibt es dann doch in Ermangelung regionaler Alternativen. Aber eine Hammam-Behandlung ist auch einfach zu gut, als dass man sie weglassen sollte. Und es war auch durchaus eine Diskussion zwischen den beiden Telaks, also den Bademeistern, wer sich nun verwöhnen lassen darf für den Film. Seifenschlacht auf dem Marmorstein. Gut, die Anwendungen können schon zwicken, aber es ist extrem sinnlich. Kleine Boshaftigkeit direkt um die Ecke. Nach Seifen streicheln jetzt die Abreibung. Eine original russische Banja, also eine Sauna mit Birkenzweigbehandlung. Das sieht, wie mir versichert wurde, viel schmerzhafter aus, als es sich auf dem erhitzten Körper anfühlt. Kleine Sünden werden sofort bestraft. Der archaische Holzraum duftet in Minuten nach Wald. Und das anschließende kalte Bad in der Tonne lässt den Kreislauf Purzelbäume schlagen. In eine Wellnesslandschaft gehört ein Schwimmbad. Die Bleiche lässt sich da nicht lumpen, sogar eines mit Kaminfeuer. Hier ist jeden Tag Warmbadetag, ob in der Scheune, dem Familienpool oder draußen im Garten. Und endlich mal Ruhemöbel, die nicht zweckmäßig sind, sondern bequem. Das Zaubermittel der Bleiche ist goldgelb und heißt Leinöl. Das ist sozusagen die regionale Komponente. Reichhaltig soll es das gespeicherte Sonnenlicht abgeben, zum Wohl des Menschen. Egal, ob das Mumpitz ist, es fühlt sich gut an auf der Haut, riecht nicht streng und verursacht augenscheinlich lustvolle Entspannung. 35 Liter feinst gepresst werden jede Woche in die Bleiche geliefert und die müssen sich Küche und Wellness teilen. Und was die Quälven, so heißen, putzig die Mitarbeiter in der Wohlfühlabteilung mit dem Öl anfangen, sieht durchaus kulinarisch aus. Endlich mal eine Körperpackung, die man auch vernaschen könnte und die vielleicht auch noch dazu führt, dass die Urlaubsbegleitung einen anschließend zum Anbeißen findet. Jetzt haben wir so viel über Essen geredet. Ja, die Bleiche hat auch eine Unmenge an Restaurants, eines hübscher als das andere eingerichtet. Und viele Gäste, sagte man mir, wollen jeden Abend eine andere Umgebung genießen. Der Vollständigkeit halber, der Michelin und Gourmetiot dekorierte Küchenchef Oliver Heilmeier gilt als einer der Besten in Brandenburg. Wellness für den Gaumen, sozusagen. Das, was in diesem kleinen Kännchen drin ist, Leinöl, ist das Maß aller Dinge hier in der Bleiche im Spreewald. Selbst gekocht wird damit ohne Ende. Können sich das schöne Olivenöl nicht leisten. Warum machen Sie das? Es geht ja nicht darum, dass das Olivenöl grundsätzlich teurer ist. Es geht darum, dass das Leinöl für uns hier in der nördlichen Hemisphäre einfach viel, viel gesünder ist. Und wenn es dann auch noch so geschmackvoll daherkommt aus einer ordentlichen Mühle hier aus der Gegend, dann koche ich da wahnsinnig gerne mit. Ich dachte, es ist immer so ein Krankenhausöl oder so. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich früher dachte ja, es ist ein Holzschutzmittel. Nein, aber hier in der Gegend gehört es zur Ernährung dazu. Die kleinen Kinder nehmen das schon mit Stulle und Zucker und so weiter zu sich. Und es gibt Studien, die das auch belegen, dass in einigen Bereichen das Leinöl förderlich ist. Gut, lecker und gesund. Wir gucken mal an, was Sie damit machen können. Vogelmiere, der Schrecken eines jeden Zierrasenbesitzers als Grundlage. Noch ein paar andere frische Kräuter dazu, viel Leinöl logisch und alles in einem Mörser zu einem Pesto verrühren. Der Gourmet nimmt natürlich nicht die Moulinette, sondern macht alles per Hand und Klöffel. Dazu hier natürlich frisch gemachtes Sahneeis und dieses mit dem Pesto toppen. Ist einfach, könnte sogar ich hinbekommen. Und schmeckt einfach wunderbar. Kein Wunder, dass ich neugierig war, wo die Kräuter herkommen. Nicht Perangie, sondern von gleich um die Ecke in Burg. Selbst Anfang April bekommt Peter Franke, der Spreewälder Kräuterguru, sein Körbchen voll, wenn er mit scharfem Blick über die Auen läuft. Wir würden das meiste als Unkrautlings liegen lassen, nicht aber der Mann mit dem bunten Hut und der Begeisterung für alles, was da am Wegesrand sprießt und blüht. Wenn ich jetzt rausgehen werde und ich freue mich auf die Gänseblümchen, auf den Löwenzahn, auf die Vogelmiere, auf mein Lieblingshaut, und das ist ein Geheimnis, ist der Giersch. Ich mag diesen Giersch insbesondere, ich mag den Guntermann. Ich habe noch nie was vom Giersch und Guntermann gehört als Stadtkind, muss ich zugeben. Einfach mal vorbeikommen, immer mit was von 14 bis 17 Uhr oder individuelle Absprache in die Spreewälder Kräutermanufaktur und mit mir gemeinsam diese Schätze des Spreewaldes entdecken. Marketing kann er auch. Einfach entdecken, einfach entdecken. Und damit schließt sich der Kreis. Sanftes Gleiten im Abendlicht durch das Biosphärenreservat. Zur Ruhe kommen, die Sinne wieder schärfen für die Natur. In Burg zum Beispiel, wo die Biberratten den Kahn begleiten, wie einen seltenen Besucher, wo die Rehe noch auf den Wiesen grasen. Das kann man auch im Spreewald trotz seiner Millionen Tagesbesucher erleben. Vielleicht ist das Frühjahr die beste Zeit. Mückenfrei, entspannt, ganz fern vom Alltag und doch so nah.